Als kreativer Direktor für Medienprod arbeite ich in DE und International bei Filmprod. Unternehmensvideos, Werbevideos, Musikvideos etc. Die ganze Nacht hier schneiden, 10 Seiten filmen und 1000 weitere aufnehmen. Ich liebe meine Arbeit und genieße es mit Menschen aus der ganzen Welt in Kontakt zu bleiben. Dank KI hat sich mein Ziel vergrößert. Wie viel kostet mein Zimmer? 5 Kameras für Livestreaming oder Aufzeichnung. Anwendungsbereiche, Interviews, soziale Medien, Sport, Live Shopping, Messen, Webinare, Großveranstaltungen. Mein Verkaufsargument, absolute Leidenschaft.